Und er steht wieder auf, ich hoffe es so krass. Kann nicht wahr sein, ey. Ja, würdest du mal in Deckung gehen? Da liegen auch keine Painkiller. Nichts. Auch gar nichts. Genau das wollte ich nämlich gerade eben auch. Ich bin so im Arsch. Oh! Na! Wer ist denn jetzt? Sehr nice! Die Klasse ist wieder in Deckung. Bitte, wer sagt das? Oh, Binkiller! Ah! Und nochmal ein Painkiller. Nichts. Und nochmal ein Painkiller. Nichts. Was wirst du jetzt so flibbern? Willst du mal weitergehen? Bitte, wann? Ich hab mich nicht mehr schrecklich gemacht. Weil wenn ich mich nicht mehr fahre, warte ist, in den Rücken und überlegen. Natürlich! Fumforta! Arthuscheide! Ich weiß, ich vom... Der war aber echt gut versteckt, den hab ich nicht gesehen. Oh man, das hat ein Super-Slow-Rangen. Ja, du mich auch. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Todesmöchung viel gemacht hat, um die CS-Approval-Ratingen in diesem Teil der Stadt zu erhöhen. Ja, es tut mir leid, dass ich jetzt gerade euren Schrein kaputt gemacht habe, aber... konnte ich nicht. Boah, scheiße. Ja, der Luta! Shit! Ach okay, ich kann nicht so weit. Zeig dich! Zeig mir dein Gesicht! Sag mir, wer du wirklich bist! Schrein! Fadekiller! Scheinkleister! Okay, dann geht's ja wohl hier hoch, oder? Nö! Äh, wo soll's denn hier weitergehen? Nein! Da stand da Flyer und so. Schrein! Schrein! Schrein mit den pooren und spiel mit den rigen. Sie versuchen, in zwei worlds zu leben. In der Zeit, du wirst deine Leben zerbricht. Okay, aber... ...woh! Ich bin jetzt hier... ...woh! Woh! 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 Tja, hättet ihr noch... ...am besten mal mich in Ruhe gelassen. Ich wette jetzt noch alle am Leben. Aber so... ...kann ich für nichts mehr garantieren. Wo geht's jetzt lang? Wo geht's jetzt lang? Achso, von da aus bin ich gekommen. Vielleicht da runter? Shit! Frecksack! Hat der mich überrascht. Hat der mich überrascht. Hier liegt nichts... ...wovon gebrauchen könnte. Keine Pain-Killer. Na, bring. ... 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 Außer Fresse, nichts dahinter! Rakekiller? Nö. Wow! Geh doch mal in Deck und doch nicht da, du Vollhorst! Gehle! Gehle! Gehle 3! Okay... Nein! Einer noch, einer noch! Was? Den hab ich doch vorher getötet, als der mich getötet hat, verdammt nochmal! Nein! Guck mal! Guck mal! Guck mal! Guck mal! Guck mal! Bleib erst mal glaube ich nie! Zeig dich! Schieß dir nimmer in die Hand! Scheiße, jetzt muss ich vorher mal nachladen. Ah! Dreckswerg! Ich glaube nicht, dass er tot ist, weil ich glaube ich... Ich bin aber dafür tot, verdammt nochmal! Okay. Okay. Shit! So weiter ist aber auch nicht gedacht! Oh Gott! Shit, ey, Mann! Ich bin doch eh gleich wieder tot! Sag ich doch! Boah! Das ist trotzdem sicher! Ich kann mich auch aus jeder Lage treffen! Oh Gott! Oh Gott! Ja, das ist schon mal! Das war's. Das ist jetzt gegenweißig zwar auch nicht... Alter... Äh! Ich kann doch nicht angehen, Mann! Ich spiele uns. Das ist jetzt gegenweißig. Das ist nicht so. Das ist doch nicht so. Ja, die Erachter! Ich bin mit uns! Ich bin mit dir. Ich bin mit dir! Me ajuda! Eu do preso aqui! Merda, oh! Na, du sollst in Deckung... Ooooooh! Freunde, Freunde, Freunde! Ich weiß nicht, was die Entwickler sich bei diesem Spiel gedacht haben! Ich weiß es nicht! Das ist einfach nur sinnloses Rumgeballere! Keine Story dahinter, kann gar nichts! Ich weiß nicht! Ich weiß nicht! Ich weiß nicht! Ich weiß nicht, was der aushält! Jeder normale Mensch wäre schon tot! Ich weiß nicht, was der aushält! Ich weiß nicht, was der aushält! Ich weiß nicht, was der aushält! Na klasse! Warum? Was? So, jetzt lässt er dann fallen! Ist er tot? Ja, wo seid ihr? Ich habe einen Ballen der Stratus! Ich werde einen Ballen der Stratus! Nein, nein, nein! Die is in the next way. Passos hat told me about this stuff. Oxidado. They called it Rust. Packed full of healthy ingredients like quicklime and kerosene. Cheaper, stronger, and deadlier than crack. Easily marketed to the poor and desperate. All in all, a fine, honorable way to earn a living. Was steht da noch? Was steht da noch? Was steht da noch was? Ach so, drogen wir doch noch mal. Jetzt geht's weiter. Was steht da noch? Hmm. Cigaretas. Fireworks. Ich konnte keine Kluze in diesem Ort, also habe ich entschieden, für die Drogen. Das PIiness. Na wunderbar. Herzlichen Glück. Und Happy New Year und so, ne? Ich freue mich jetzt schon, wenn die Mission vorbei ist. Es war nicht so, wie er mich nicht erwartet hat. Glückwunsch! Das ist doch nicht wahr! Ey, wieso nimmt der denn als erstes immer... Was ist das? Oh Mann! Freunde, ich werde jetzt erstmal was tun. Ach, hier sind die ganzen unbekannter Hinweise. Also drei müssen wir noch finden. Ich werde jetzt erstmal das erste Video speichern und dann sehen wir uns bestimmt nachher noch wieder. In dem Sinne, bis später! Tschüss!